Herzlich willkommen beim virtuellen Adventkalender der Landesmusikschule Ötztal. Mein Name ist Klaas Strobl und ich bin der Direktor der Musikschule. Leider können auch heuer wieder nicht unsere beliebten traditionellen Adventkonzerte stattfinden, bei denen wir immer wieder für bedürftige Familien im Ötztal sammeln. So haben wir auch heuer wieder unseren digitalen Adventkalender aktiviert und wir hoffen, Sie haben viel Freude mit unseren Beiträgen der Schülerinnen, Schüler und auch unserer Lehrkräfte. Wenn Ihnen unsere Beiträge gefallen haben, dann zögern Sie nicht, eine kleine Spende auf das eingeblendete Konto einzuzahlen. Diese Spende werden wir dann zu Weihnachten an eine bedürftige Familie im Ötztal übergehen. Ich wünsche euch allen eine besinnliche Adventszeit und bleibt selig gesund. Ich wünsche euch allen ein. Ich wünsche euch allen recht. Ich wünsche euch allen, dass uns die Produkte asta wnieältet. Und Music Tower-Arch stata心 diri liebans nachdem. Ich bin jetzt der Lohmann und wir spielen fröhliche Weihnachten vor. Wir spielen fröhliche Weihnachten vor. Wir spielen fröhliche Weihnachten vor. Wir spielen fröhliche Weihnachten. Wir spielen fröhliche Weihnachten. Wir spielen fröhliche Weihnachten.